Hallo. Hi. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Ach wirklich? Möchtest du einen Kaffee? Danke, gern. Kekse? Selbstgebacken. Danke, du bist ein Schatz. Lecker. Du weißt gar nicht, was es für mich bedeutet, dass wir uns endlich wieder versöhnt haben. Du warst immer... Geburtstag. Doch, auch an meinem Geburtstag. Wir gehen, was ich geh. Ja, ich komme. Jetzt komm doch mit. Bis Simone, schönen Abend noch. Ja, danke. Gleichfalls. Tschüss. Hallo. Kommst du mit? Woher? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 пис